Ich bin heute wieder im Egerpark und heute wollen wir euch die sechs schönsten Fotospots zeigen für Instagram, für YouTube, für Facebook oder auch für eure Liebsten. Und weil ich habe Augenringe, ich habe hier eine Falte und immer nur mein Gesicht ist auch langweilig, deswegen habe ich mir Hilfe geholt, nämlich die liebe Lea. Die Lea ist auch ein wenig Model und hat ein bisschen Ahnung von Fotos und sie setzen wir heute mal vor die Kamera. Und natürlich müssen wir auch gefilmt werden bzw. die Fotos machen, das kann ich nicht alleine machen. Genau, ich mache heute die Fotos von der Lea. Lara, bleibt jetzt hinter der Kamera und ich würde sagen, wir erkunden jetzt mal die Eger und schauen, was sie hier finden und zeigen euch die sechs schönsten Fotospots. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich nehme meine YouTube an, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich schneide mich den Betriebs. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Rvatore Däu-Mars. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020